So, und heute haben wir einen spannenden Interviewgast da bei Kochi, die liebe Jenny. Und Jenny, magst du dich einmal kurz selber vorstellen, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jenny Kloska und ich habe eigentlich einen medizinischen Beruf gelernt. Ich bin Radiologie-Technologin, habe auch da in der Klinik viele Jahre gearbeitet, bevor ich dann quasi in die Ausbildung, in die Lehre gewechselt habe. Und auch das habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber 15 Jahre gemacht. Wir haben also Schulungen im Strahlenschutz durchgeführt, im medizinischen Bereich, also Ärzte und Assistenzpersonal geschult. Und ich habe das koordiniert und gemanagt und bin eben selber auch viele Jahre als Dozentin schon unterwegs und habe dann vor anderthalb Jahren entschieden, mich damit selbstständig zu machen, weil ich eben auch sehr gut vernetzt bin und bin jetzt als Dozentin unterwegs deutschlandweit und unterrichte an verschiedensten Stellen, eben in diesem medizinischen Bereich und da speziell in dem Bereich des Strahlenschutzes. Spannend. Und wie genau können wir uns das jetzt vorstellen? Also du arbeitest mit den Ärzten zusammen und unterrichtest sie darüber oder wie läuft das ab? Erzähl mal. Genau. Also es ist so, dass alle, die Röntgenstrahlung am Menschen anwenden, müssen im Prinzip einen Führerschein haben. Und diesen Führerschein muss man erwerben und man muss ihn auch alle fünf Jahre aktualisieren. Und diese Aktualisierungs- und Erwerbskurse, die biete ich an. Also ich kann diese Themen alle unterrichten und habe mir so ein paar Produkte eben rausgepickt, die ich jetzt persönlich als Selbstständige dann auch anbieten kann. Das heißt, ich biete meine Leistungen als Dozentin an, also mein Fachwissen in verschiedenen Bereichen, unterrichte also ganz viel auch online, damit ich nicht überall hinreisen muss. Aber ich biete eben auch Inhouse-Seminare an, sodass ich also vor Ort gehe in eine Klinik und diesen Strahlenschutzkurs, den man eben verpflichtend machen muss, dann dort vor Ort auch zum Beispiel in Präsenz anbietet. Und ich habe jetzt Blended Learning Kurse erstellt, sodass also ein Teil des Kurses im Selbststudium absolviert werden kann. Und ein Teil des Kurses wird dann eben entweder in einer Online-Session abgehalten oder ich bin dann in Präsenz vor Ort in der Klinik oder in einer Bildungseinrichtung. Total schön. Blended Learning ist ja auch immer mehr ein Begriff, was immer präsenter wird, auch in den Betrieben und Unternehmen. Und da die Frage an dich, wie bist du denn dazu gekommen? Und im gleichen Zug, du bietest die Online-Kurse an, und zwar bei uns Coachie, und da sind wir wirklich dankbar für. Schön, dass du da bist. Wie bist du auf Coachie gekommen? Also einmal, wie ist das Blended Learning-Thema auf dich zugekommen und was hat Coachie für dich damit zu tun? Ja, also Blended Learning beschäftigt mich jetzt schon seit etwa sechs, sieben Jahren. Und ich durfte das bei meinem früheren Arbeitgeber schon beginnen, dieses Thema, weil wir damit eben schon gestartet haben. Und ich habe auch mich qualifiziert in dem Thema, habe Weiterbildungen gemacht zum Blended Learning Designer und E-Learning Autor, damit ich also dieses, auch die didaktische Umsetzung natürlich gut meistern kann und habe eben vorher auf einer Moodle-Plattform schon gearbeitet und das kennengelernt. Deshalb kam mir dann Coachie auch sehr gelegen, weil es natürlich sehr ähnlich ist. Und auf euch bin ich gekommen über einen guten Kollegen, der also auch im Seminargeschäft unterwegs ist. Und der hat auch mit Coachie im Prinzip gestartet, bevor er dann eine eigene Plattform entwickelt hat. Und so bin ich eigentlich auf euch gekommen. Ah, wunderbar. Dann erstmal groß Dankeschön an deinen Kollegen. Und du nutzt Coachie für deine Produkte. Und wie funktioniert das? Oder anders gefragt, es sind ja hauptsächlich Ärzte, die sich damit beschäftigen. Gab es da auch schon Feedbacks? Wie kommen die damit zurecht mit dem Mitgliederbereich? Gibt es da Erfahrungspunkte? Ja, also ich habe Ärzte und Assistenzpersonal, also Pflegekräfte oder OP-Kräfte zum Beispiel, die kommen sehr gut zurecht, weil eben diese Coachie-Plattform, so wie das aufgestellt ist, wirklich sehr übersichtlich ist, sehr einfach. Und man kann mit wenigen Klicks gut navigieren. Und die Sache ist eben, diese Strahlenschutzkurse haben verpflichtende Inhalte. Und das ist ganz genau vom Gesetzgeber vorgegeben, was man da machen muss. Und da gibt es auch ziemliche Restriktionen, dass man eben dieses Selbststudium genau nachvollziehen kann. Wie viel habe ich gemacht? Wann habe ich das gemacht? Es muss immer mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Also auch das, diese Tests sind unheimlich wichtig, dass man die dann am Ende durchführen kann. Und das funktioniert eigentlich gut. Also alle Teilnehmer, die ich bis jetzt in meinen Kursen hatte, es sind so etwa 150, die sind alle gut da durchgekommen. Und es gab jetzt keine Probleme, dass irgendjemand Support brauchte bei der Bedienung von Coachie. Ah, sehr gut. Das ist ja schon mal ein gutes Feedback. Das heißt, für dich war auf jeden Fall ausschlaggebend und relevant, dass diese Tests am Ende der Lektion und Kapitel durchführbar sind, sodass man das nachhalten kann, damit die Lizenzen weitervergeben werden können. Genau, das ist ganz wichtig, dass man eben erst die Inhalte abarbeiten muss, um dann zu den Testfragen zu gelangen. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das muss ich auch nachweisen, dass das wirklich so gelaufen ist. Perfekt. Okay, und dann zum Abschluss noch, was gefällt dir an Coachie besonders gut? Also mir gefällt zum einen das Design sehr gut. Ja, das habt ihr wirklich sehr schön gelöst. Und natürlich, dass man so schnell sich was Eigenes erstellen kann. Ja, also wie sehr, ich kenne Moodle und habe viel damit gearbeitet, aber ich hätte jetzt keine Zeit und auch nicht Lust gehabt, mir da jetzt was Eigenes aufzusetzen. Und ihr habt da so einen tollen Baukasten geschaffen, dass man wirklich in zehn Minuten, Viertelstunde erst mal so dieses Grundgerüst stehen hat. Und dann, klar, muss man es mit Inhalt füllen. Das dauert dann etwas länger. Aber ansonsten vom Aufsetzen der eigenen Plattformen ging es wirklich super schnell. Und das gefällt mir sehr gut. Und euer Support ist auch unschlagbar. Also wenn man eine Frage hat, dann kriegt man super schnell Rückmeldung. Und bis jetzt konnte eigentlich auch alles gelöst werden, was da so auftauchte. Das Kompliment gebe ich gerne weiter an unseren Support. Sie freuen sich. Liebe Jenny, vielen, vielen Dank für das kleine, aber feine Interview heute. Es freut mich sehr, dass du da warst. Und auch dein Thema super, super spannend. Wir werden für alle Ärzte und medizinischen Fachangestellten, für die es relevant ist, alle Informationen von der Jenny bereitstellen in den Shownotes. Unten im Text schaut einfach mal, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade seid, dass ihr Kontakt zu Jenny aufnehmen könnt. Und natürlich könnt ihr auch Coachie für euch 30 Tage kostenfrei testen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns noch einmal und hab einen wunderschönen Tag. Ja, vielen Dank, Maria. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.